Moin moin, hier ist Base. Schon wieder mit einer Folge Pokemon Go auf iPhone 6. Also nach 5 Minuten spielen, ja sagen wir 20 Minuten, bin ich ein bisschen rumgegangen, bin jetzt auf Level 3 und habe schon einiges geschnappt heute. Ja, das ist schon 17 Stück. Ich würde mal sagen, das sind die Dinger, die in meiner Nähe sind jetzt. Schon mal krass. Also Glomanda war ja das, was ich so bekommen habe und viel Ratzfraatz, Taubzis, ein Zubat, ein Pummelhof, ein Blusuk und zwei Hornlees. Ich war auch bei ein paar Poké-Centern. Wo sind die? Das ist eine Arena, das kann ich erst ab Level 5 austesten, aber da hinten, das war so ein Poké-Center. Ja, war ein schöner Spaziergang, hat Spaß gemacht und habe dafür eine kleine Belohnung bekommen. Also das Spiel ist schon geil, Jungs. Zieht es euch rein, also ich empfehle es jedem. Peace out!